Hallo und herzlich willkommen zur Abendschule. Mein Name ist Nele May und ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin an der John Dewey Forschungsstelle für die Didaktik der Demokratie. Heute spreche ich mit Jens Hoff Sommer. Er ist ausgebildeter Sozialpädagoge und seit seiner Jugend in der Jugendverbandsarbeit aktiv. Seine berufliche Laufbahn führte ihn schon in den Stadtrat, ins Jugendamt und in die Kinder- und Jugendarbeit in Heimkontexten. Mittlerweile ist er in der Geschäftsleitung der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung mit dem Bereich der frühkindlichen Bildung betraut. Seit seiner Ausbildung beschäftigt ihn die Frage, wo und wie Kinder Gesellschaft mitgestalten können. Ich freue mich sehr auf das Gespräch und starte gleich mit einer ganz grundsätzlichen Frage. Herr Hoff Sommer, wie sind Sie zur politischen Bildung gekommen? Tatsächlich liegt es in meiner Biografie. Zum einen, würde ich sagen, bin ich in einem Elternhaus groß geworden, wo das politische Alltag war. Also es gab politische Diskurse, es gab durchaus auch Kontroversen und das, was an Politik passiert ist, wurde diskutiert, wurde wahrgenommen, wurde gewägt und diskutiert. Also es war im Alltag eben vorhanden. Es war kein Tabuthema, das war nichts, wo man leise darüber sein musste, sondern das war eben normal. Und das hat mich geprägt. Ich habe bei einem Umweltverband meinen Zivildienst gemacht. Ich habe an Schülerdemos damals gegen den Golfkrieg mitgemacht. Also sozusagen, das war auch in meinem Leben einfach ein Teil. Bis dahin, dass ich dann irgendwann auch in einer politischen Partei eingetreten bin. Ich habe das Sozialarbeitsstudium, das ich angefangen habe, immer auch als ein politisches Studium wahrgenommen oder auch als eine Frage des Politischen. Kann ich irgendwie soziale Arbeit machen und ohne dabei politische Grundlagen zu sehen und auch gesellschaftliche Verwerfungen wahrzunehmen und die auch zu kritisieren und die auch nicht nur an den Symptomen rumzudoktern, sondern auch der Frage, der Ursache nachzugehen und auch dort zu wirken. Und das prägt mich und dann bin ich irgendwann eben in dem pädagogischen Bereich gelandet, in der frühkindlichen Bildung. Und dann kommt man automatisch für mich sehr schnell zu der Frage, ist der Ort eigentlich ein politischer? Und wie müsste es aussehen, wenn wir über frühkindliche Bildung und über Kindertageseinrichtungen und politische Bildung reden? Und das ist mein Werdegang. Und dann sind wir bei Fragen der Demokratie, der Beteiligung, der Mitbestimmung in Kita, des Selbstverständnisses einer Institutionen. Und so bin ich in der politischen Bildung gelandet. Es ist gerade angeklungen, dass Sie schon lange im Bereich der außerschulischen politischen Bildung aktiv sind. Aber gehen wir mal an den Anfang. Was denken Sie, sollte man wissen oder zumindest sehr schnell lernen, wenn man in diesem Feld arbeitet? Also zum einen hilft mir immer der Aspekt des Perspektivwechsels. Also dieses hineinversetzen können oder auch wollen erstmal, erstmal wollen, in eine andere Perspektive, um zu verstehen, um rauszukriegen, was bewegt den anderen, mein Gegenüber. Und das zweite ist eine Sicht auf Menschen, auf Kinder, auf Akteure zu haben, die von Stärken ausgeht, die davon ausgeht, dass Kinder, junge Menschen, Alte, dass wir etwas können, wir etwas wollen, dass es um Gestaltung geht und dass es Räume braucht, wo das passieren kann. Und das ist wahrscheinlich schon eine ganze Menge, das man am Anfang rauskriegen kann. Und ansonsten finde ich, am Anfang steht immer die Neugier und die Freude. Also das ist das Allerwichtigste. Lust darauf zu haben, wenn es um politische Bildung geht. Das ist, oft finde ich, wird das Politische mit so einer Schwere oder mit wir streiten und das ist alles doof, verbunden. Und ich verbinde das so gar nicht damit. Also ja, wenn ich an meine politische Zeit, also Selbstpolitiker war, denke dann, das ist auch schon ein Aspekt, der Streit und das Ringen. Aber auf der anderen Seite sind das ja gerade große Werte, das gemeinsam Ringen um Dinge, Kompromisse finden. Und es muss gelernt werden. Und das steht wiederum auch am Anfang. Man muss es lernen miteinander. Am besten freudvoll. Sie haben schon angesprochen, dass Sie im Bereich der frühen Bildung arbeiten. Wenn man nun beispielsweise an Kindertagesstätten denkt, kommt einem ja nicht unmittelbar in den Sinn, dass diese Orte der politischen Bildung sind. Warum ist es aus Ihrer Sicht aber notwendig, dass sich Kitas genau als solche verstehen? Nämlich als Orte politischer Bildung. Wenn wir davon überzeugt sind, dass auch das politische Verhalten oder das Bewegen in der politischen Welt gelernt werden muss, dann ist es zwingend nötig, dass auch Kitas eine Rolle haben oder dass sie sich so verstehen als Einrichtungen, die politische Bildung betreiben. Also Demokraten fallen nicht vom Himmel. Das lernt man im Miteinander. Und das lernt man eben auch schon in der Kita. In der frühesten Kindheit werden dafür die Grundlagen gelegt. Und ob ich ein Verständnis davon habe, wie ich Konflikte löse, wie ich im Dialog mit anderen bin, wie ich für meine Interessen einstehe, wie ich eben den Perspektiv wechsle, wie ich mich in andere Kinder hineinversetzen kann, wie ich Konflikte, hatte ich schon, die Konflikte hatte ich schon, wie ich entscheide, was man tut, was man spielt. Das sind alles Dinge, die spielen im Alltag einer Kita eine Riesenrolle. Und am Ende sind es Grundfragen des Politischen. Die kann ich in die Erwachsenenwelt übersetzen. Und damit erschließt sich ganz natürlich, dass wir da anfangen müssen. Vor allem, wenn wir wissen, dass eben genau in diesen Jahren die Grundlagen nicht nur für sprachliche, für mathematische, sondern eben auch für soziale Bildungsthemen eingelegt werden, dann wird es deutlich, dass man da Positionierung einfordern muss. Das Verständnis von politischer Bildung im Kindergarten, das Sie hier formuliert haben, ist ja ein sehr umfassendes und grundsätzliches. Gibt es denn fachliche Rahmenbedingungen oder rechtliche Grundlagen, auf denen Ihre Arbeit aufbaut? Also zum einen haben wir mit der Kinderrechtskonvention einen sehr klaren Rahmen, der deutlich macht, dass Kinder einen Anspruch darauf haben. Also dass es kein Gutwill von uns Erwachsenen ist, ob wir Kinder beteiligen. Die Kinderrechtskonvention teilt sich ja, man sagt, in die drei großen Bereiche der Förderung, des Bereiches des Schutzes der Kinder und eben der Partizipation. Und was ich immer etwas bedauerlich finde, dass dieser Beteiligungs- und Mitbestimmungs- und Mitwirkungsbereich, der gerade, der fällt oft runter. Also Fördern und Bildung haben wir klar, wir haben das Thema Schutz klar, die Kinderschutz sind ein ganz wichtiges Thema und dieses Beteiligungsding rutscht weg. Und wenn man da genau hinguckt, entdeckt man Themen, die ich immer wieder beeindruckend finde. Das ist zum Beispiel ein Recht auf Versammlung und Meinungsfreiheit ist völlig klar geregelt für Kinder. Es ist das Recht auf Mitbestimmung geregelt. Es ist das Recht auf Zugang zu Medien geregelt. Ein Thema, das ich immer sehr gerne mit Kita-Fachkräften diskutiere. Was bedeutet das in der Kita? Aber da geht es um so grundlegend elementare Rechte, dass das ganz klar macht, da auf dieser Basis ist politische Bildung in der Kita denkbar. Das SGB VIII schreibt es, also das Kinder- und Jugendhilfegesetz schreibt es genauso vor. Und das ist also kein Gutwill oder irgendetwas, was wir gönnen, sondern das ist tatsächlich verpflichtend für alle, die mit Kindern arbeiten und damit auch in der frühesten Kindheit. Das greifen die Bildungspläne der Länder auf. Dort sehr unterschiedlich und in der Regel eben über den Aspekt der Demokratie-Pädagogik. Da bin ich immer so ein bisschen, das ist mir an manchen Stellen fast ein bisschen wenig, weil ich glaube, dass es da eher um das Demokratie-Lernen als einen Aspekt geht. Und das könnte durchaus noch mehr ausgebaut werden. Aber auch die geben einen Rahmen vor, dass Demokratie-Beteiligung, Mitbestimmung Teil einer Kita ist. Die haben sich noch nicht getraut, da politische Bildung drüber zu schreiben. Ich meine, herausgehört zu haben, dass aus Ihrer Perspektive der Grunddiskurs über politische Bildung im Kleinkindalter noch stärker geführt werden könnte. Worauf kommt es denn in der Praxis an, wenn politische Bildung in der Kita erlebbar werden soll? Also tatsächlich ist das eine Lücke. Also der Diskurs geht gerade los, würde ich sagen. Also ich habe in meinen 15 Jahren, wo ich mich mit dem Thema beschäftige, zu mehrerer Erfahrungen. Wir haben tatsächlich vor 15 Jahren angefangen, Kitas zu begleiten und zu fragen, wenn ihr demokratischer werden wollt, was müsst ihr da eigentlich tun? Und sind da ganz offen reingegangen und haben mit den Pädagogen da Materialien entwickelt und geguckt, wo sind eigentlich Themen der Beteiligung. Und ich sage mal, dieser Sprung ins Politische ist eigentlich erst in den letzten Jahren passiert. Und ich will vielleicht zwei Beispiele nennen, weil das macht es noch ein bisschen griffiger. Wir haben in einem Projekt Kitas begleiten dürfen, die 2015 mit dem Zuzug von Geflüchteten einfach Kinder und Familien aufgenommen haben, relativ kurzfristig in der damaligen Situation mit Fluchthintergrund, mit Migrationshintergrund. Und das hat durchaus gerade in Sachsen zu Konflikten geführt. Und die waren auf vielfältigsten Ebenen. Das waren zum einen Sorgen und Ängste von anderen Kindern und anderen Eltern bis hin zu extremen, rechtsextremen Einstellungen, die bei Eltern, aber auch bei Kolleginnen und Kollegen plötzlich festgestellt wurden. Also wo es auch und relativ schnell um die Frage ging, was haben wir für ein Selbstverständnis, was haben wir für ein Wertekanon bei uns in der Kita. Und da gab es heftige Diskurse. Also was mache ich denn, wenn eine Kollegin montags auf die Pegida-Themo geht und auf der anderen Seite hier bei uns Kinder mit begleiten und fördern und unterstützen soll, auf ihrem Bildungsweg mit Familien arbeiten soll, die in den Fluchthintergründen eine Migrationsgeschichte haben. Wie geht es überein? Ist das tragbar? Was für Werte teilen wir denn hier im Team zusammen? Und plötzlich war diese Idee, dass Kita ein Schutzraum ist, dass die Welt da draußen bei uns keine Rolle spielen darf, weil wir müssen ja die Kinder vor den Einflüssen da draußen schützen, war an dieser Stelle plötzlich ganz massiv in Frage gestellt. Das Gleiche haben wir jetzt ganz aktuell bei der Fragestellung rund um Corona-Schutzmaßnahmen, wo Eltern, die sich gegen diese Maßnahmen aussprechen, diesen Konflikt in die Kita mitbringen und das Maskentragen verweigern und und und. Also da Regeln objektiv brechen, die in der Kita bestehen. Und auch da wird plötzlich klar, dass Diskurse aus der Welt da draußen eben in die Kita schwappen. Meine These ist, das war schon immer so, aber es wird an solchen Ereignissen im Moment, an solchen gesellschaftlichen Reibepunkten, Scheidepunkten, nennen wir es, wie wir es wollen oder Diskurspunkten einfach noch deutlicher. Und das führt dazu, dass wir bei den Teams feststellen, dass die Positionierung notwendig wird. Aber auch die Träger bekennen sich klarer und fordern das auch mehr ein von ihren Erzieherinnen und dann kommt es eben zu der Frage, wie politisch sind wir eigentlich und welche Haltung nehmen wir auch ein. Und da gibt es ganz unterschiedliche Erfahrungen, die wir haben, also von Personalmaßnahmen, die ergriffen wurden, aber auch von harten Ringen, auch um Kolleginnen und Kollegen und die Vereinbarung zu Werten der Zusammenarbeit, auch mit Eltern, wo plötzlich neben Hausordnungen nochmal ganz eigene Wertegerüste entstanden sind, die eben gesagt haben, nee, wir akzeptieren es nicht, wenn Eltern T-Shirts mit rassistischen Sprüchen bei uns in der Kita tragen. Und dann haben die Eltern draußen zu warten und dann bringen wir das Kind raus. Also damit umzugehen. Und das sind so Maßnahmen und so Entwicklungen, die ich beobachte, wo ich den Eindruck habe, da fängt ein Diskurs und dann komme ich wieder zur Frage zurück, da fängt der Diskurs über wie politisch sind wir eigentlich gerade erst an, weil es eben bisher in den klassischen Ausbildungen, aber auch im gesellschaftlichen immer so dieses Punkt ist, die Kleinen, die müssen wir davor schützen. Ich glaube nicht, dass das der richtige Weg ist, und ich bringe noch gerne ein anderes Beispiel, einer mittlerweile auch preisgekrönten Kita, die hier in Dresden ist, die nämlich nochmal was anderes erlebt hat, da haben Kinder das Thema Klimawandel mitgebracht und Fridays for Future. Und da gibt es ja unterschiedliche Umgänge damit, da könnte ich dann sagen, ach, kümmert euch mal mit euren Eltern. Und die haben das Thema in ihrer alltäglichen Arbeit integriert, haben das in Projekten bearbeitet, haben erstmal mit den Kindern geklärt, was ist eigentlich Klimawandel? Und das endete darin, dass die Kinder mit Pädagogen und Eltern zusammen zu Fridays for Future auf eine Demo gegangen sind. Die wollten, klar, nicht alle, also da geht es um Freiwilligkeit. Aber das Thema wurde aufgegriffen. Und das ist der andere Weg von politischen Themen in der Kita, denn die Kinder bringen etwas mit. Und wenn wir überzeugt sind, dass das was mit Tun zu tun hat, dass es eben darum geht, dass es alltagsintegriert ist, dann sind wir ganz klar dabei, dass Bildung eben die Themen der Kinder aufrecht und die hören ja mit, die kriegen ja mit, was hier in unserer Welt passiert. Wir wollen sie ja auch für diese Welt stark machen und nicht für irgendeinen Schutzraum. Sie haben schon viele Aspekte davon angesprochen, aber machen wir es an dieser Stelle noch einmal konkret. Was bedeutet vor diesem Hintergrund, vielleicht auch vor dem Hintergrund der von Ihnen genannten Herausforderung, politische Bildung in der Kita? Also einiges habe ich ja davon schon erwähnt und ich würde es gerne nochmal ein bisschen zusammenbündeln. Also so dieses Thema Werte ist etwas, ein Diskurs darüber, wie wollen wir hier leben? Und das ist ein Diskurs, den müssen die Fachkräfte führen. Das ist aber auch ein Diskurs, den mit allen, die da sind, zu führen. Es ist nämlich auch mit Eltern und mit den Kindern immer wieder sich die Frage zu stellen. Und ich glaube, man hat es oft mit den Kindern in den Blick genommen. Jetzt kommen die Eltern, würde ich damit dazunehmen und wir haben festgestellt, es ist vielleicht auch notwendig, dass wir das nochmal viel ernsthafter führen als eben über eine Hausordnung und wir wollen uns nicht hauen und um diese klassischen Dinge hin. Das ist tatsächlich nochmal was mit unseren Grundwerten, die wir alle mitbringen und die uns prägen und unseren Biografien zu tun hat und da genauer hinzugucken. Ich glaube, damit hat das was. Was ist die Basis, die uns verbindet? Und das hat viel mit Reflexion zu tun, Reflexion des eigenen, der Biografie, aber eben auch mit Reflexion des pädagogischen Handelns. Was tun wir und warum? Wie unterstützen wir Kinder? Welchen Blick auf Kinder habe ich? Wenn ich sage, jedes Kind ist gleich wert, das gilt ja nicht nur für die Kinder, das gilt ja vielleicht auch für die Erwachsenen, die Familien, die dahinter sind. Und was mache ich denn dann, wenn ein Kind mit anderer Herkunft bei uns ankommt und in der Kita ist? Also gilt es dann da auch und wo habe ich denn da Berührungsängste? Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass Fachkräfte da auch anfangen, über ihre Vorurteile ins Gespräch zu kommen, also das Vorurteilsbewusstsein zu entwickeln. Wir alle haben unsere Schubladen und unsere Vorurteile, die wir mit uns rumtragen, das zu bedenken. Und dann ist, glaube ich, ganz wichtig, die Themen der Kinder eben auch die aus der politischen Welt aufzunehmen und ernst zu nehmen und mit diesen umzugehen. Und das sind dann die, wo wir manchmal auch eben merken, wir haben keine Antworten oder wir können auf eine Frage vielleicht auch nur mit einer Gegenfrage reagieren. Oder die lösen etwas bei uns aus. Wut, Ärger. Und da aber auch als Mensch zu stehen, das finde ich, ist das Schwierige, dann auch fehlbar und fehlerhaft zu sein und diskursfähig am Ende. Und dann am Ende mit den Kindern wirklich in eine Diskussion auch zu gehen. Also da geht es auch nicht darum, dass ich meine Meinung nicht für meine Meinung einstehe oder auch eine andere Perspektive als ein Kind einnehmen kann. Das Wichtige ist, dass ich es kindgerecht mache und dass ich dann auf der Ebene der Kinder unterwegs bin. Ich hätte jetzt fast Augenhöhe gesagt, ich glaube, da gehe ich ein bisschen drum herum, weil ich den Begriff sehr überladen finde, weil der Anspruch aus meiner Sicht schwer einhaltbar ist, weil wir sind nun mal Erwachsene. Und da geht es mir eher darum, bewusst meiner Rolle bewusst zu sein und meiner mächtigen Position auch bewusst zu sein. Da kommen wir zu einem anderen Aspekt, wenn wir über Praxis reden, das ist ein Thema, das in der politischen Bildung ja immer eine Rolle spielt, die Frage von Macht und Machtverhältnissen. Und das ist in einem Bereich, wo wir als Erwachsene noch viel deutlicher schon erkennbar von Größe her, also ich mit meinen zwei Metern falle aber besonders auf da, schon allein dadurch entstehen Gefälle. Und die bewusst zu haben und über unsere Fähigkeiten zu wissen, wie wir Einfluss und beeinflussen können, wie wir Einfluss nehmen und beeinflussen können, wo das sinnvoll ist, wo das aber auch grenzüberschreitend sein kann. Also das Thema Macht zu thematisieren und auch über Machtverteilungen zu reden. Also warum schlagen wir Kindern vor, was sie zum Mittagessen haben? Wie viel dürfen sie damit entscheiden? Und da sind wir wieder beim Kita-Alter. Müssen sie schlafen oder nicht? Das sind so ganz kleine Dinge, woran es sich am Ende bemerkbar macht, ob wir bereit sind, Macht abzugeben und Perspektiven aufzunehmen. Und da bin ich wieder bei meinen Startbedingungen. Der Perspektivwechsel spielt wieder eine Rolle, den Mut zu haben, sich auf diese andere, auf die Kindperspektive einzulassen, kindgerechte Methoden anzuwenden. Und dann sind wir schon ganz schnell bei ganz vielen Aspekten von politischer Bildung in der Kita, die eben alltagsintegriert ist und nicht irgendwie ein extra Fach, sondern die immer eine Rolle spielt. Und wir können an allen Lernelementen immer auch einen politischen Aspekt sehen. Und wenn es um Bilderbücher geht, die wir angucken, wo Themen der Gesellschaft aufgegriffen werden und politische Diskurstthemen immer eine Rolle spielen. Sie haben ja ganz zu Beginn von Haltung und von Werten in Erziehungs- und Bildungskontexten gesprochen. Das mag ja für so manchen erstmal nach einer Anstrengung klingen. Also sich die eigene Haltung zu erarbeiten und diese dann fortwährend zu reflektieren. Ich würde es ganz gern umdrehen und fragen, wo sehen Sie denn Vorteile davon für die PädagogInnen? Ich glaube, wenn ich mir klar bin als pädagogische Fachkraft, was uns verbindet, wenn wir, und wir reden hier ja in einer Gemeinschaft, das ist ja, also diese Erziehung passiert ja nicht in einem luftleeren Raum, sondern wir sind ja in einem Gemeinschaftssystem unterwegs, in sozialen Bezügen, da passiert ja eh Lernen. Und dann ist es wichtig zu wissen, wo ist ein Rahmen, wo sind Grenzen auch dessen? Und dafür ist es wichtig, eben die Werte klar zu haben, also Menschenwürde klar zu haben, zu sagen, es geht eben nicht, dass ich andere diffamiere, dass ich übergriffig bin, dass ich ausgrenze, dass ich Werte gegenüber anderen. Und das ist aber oft in den pädagogischen Grundlagen schwimmt es so mit. Es würde wahrscheinlich niemand sagen, das machen wir doch nicht. Natürlich berücksichtigen wir das. Aber es explizit zu machen und klarer zu machen, auch in Bezug zu den Ereignissen, die eben möglicherweise in der Kita schwappen, eben die Übergriffigkeit nicht zu ignorieren, sondern dann am Ende Position zu beziehen. Dafür ist es wichtig, so ein Gerüst zu haben. Und da braucht es auch einen Träger, der übrigens dieses Gerüst stärkt und mitteilt. Also das kann auch keine Kita alleine machen oder keine pädagogische Fachkraft für sich alleine matchen. Da braucht es einen Träger, der sagt, ich will das von dir. Ich trage das. Ich liefere meinen Beitrag durch ein Leitbild. Und ich unterstütze dich dabei, dass du genau dich so positionierst. Also diese Unterstützung braucht es. Das ist nichts, was eine Kita dann in der Umsetzung alleine braucht. Aber es braucht diesen Diskurs darüber und das Reflektieren, eben weil wir eine Raus sind aus der Welt. Deswegen finde ich, es hat was mit Haltung zu tun und mit Stellung beziehen. Da sind wir wieder beim Tun und beim Handeln. Pädagogen sind da auch gefragt zu handeln, weil sie eben am Ende auch Mitgestalter der Gesellschaft sind und damit ein Stück weit Mitgestalter des Politischen. Und ihr Beitrag ist auch ein Beitrag dazu, wie diese Welt sich entwickelt und wie Politik wahrgenommen wird. Bis hin übrigens, das ist vielleicht so ein kleiner Exkurs, dass dieses politischere oder ein politischeres Bewusstsein vielleicht auch dafür helfen könnte, die Themen, die Fachkräfte selbst haben, mit Politik zu thematisieren. Sie sind ja auch eben Teil von politischen Entscheidungen. Und für ihre Interessen einzustehen und dafür sich stark zu machen, gehört genauso dazu. Das kann ich gerne noch mit einem Bild ergänzen, weil wir in allen Teams, wenn es um die Frage ging in unserem ersten Vorhaben, Mensch, woran erkennt ihr denn, ob ihr demokratisch arbeitet bei euch in der Kita, immer die Frage war, wie gehen wir eigentlich miteinander um, wie geht eigentlich mein Träger mit mir um und wie geht Gesellschaft mit uns um. Also auch das wahrzunehmen und zu thematisieren und zu sagen, ja wir sind ja auch Teil und wir haben auch Rechte und stehen dafür ein. Deswegen ist es nicht nur ein Geben, das politische Bildung als Thema erwachsene Kind, sondern auch für uns untereinander. Und das finde ich mindestens genauso wichtig. Es ist in unserem Gespräch ganz deutlich geworden, dass ihr Arbeitsfeld durchaus herausforderungsreich ist. Um es noch einmal zusammenzubinden, wo sehen Sie Herausforderungen für die politische Bildung in der Kita? Also tatsächlich das Fachkräftethema, also die Haltung der Fachkräfte, dort einfach mit einer guten Qualifizierung weiter anzudenken. Also ich sage mal, es braucht, glaube ich, für die pädagogischen Fachkräfte, wenn ich mir was wünschen dürfte, eine Übersetzung dieses Begriffs politische Bildung für die Kita nochmal zu schärfen. Das fände ich eine gute Thematik, um wie in Schule den Beutelsbacher Konsens eben den auch nochmal in der Kita zu denken. Warum nicht? Ich glaube, es braucht Träger, die diese Haltung und diesen Prozess unterstützen und auch verstehen, dass Kitas und ihr Handeln eben nicht jenseits von Gesellschaft passiert und nicht nur ein Beitrag der Betreuung ist, sondern dass zur Bildung eben das politische dazugehört. Und dass das unterstützt und gewünscht wird. Es braucht Bildungspläne, die das schärfer herausarbeiten. Gerade in Zeiten, wo der gesellschaftliche Ton rauer wird, fände ich es sehr hilfreich, wenn Länder sich da positionieren und wenn da auch Wissenschaft den Beitrag dazu leistet, zu sagen, das ist ein Teil von Kita. Das ist ein Teil von menschlicher Entwicklung. Das gehört dazu. Das ist nicht raus an den Katzentisch. Beginnt nicht erst, wenn man die Schule hinter sich hat, dann geht das Politische los, wenn man 18 ist, sondern das geht viel, viel früher los. Oder in der Pubertät, da gibt es ja die Grenzen kann man ja willkürlich ziehen. Da wünsche ich mir ein stärkeres Bewusstsein und am Ende gibt es da verschiedene Fragen, wenn ich auch nochmal in die Praxis gucke, in der Zusammenarbeit mit Eltern, in der Arbeit mit Kindern, in dem Team und das einfach dafür Unterstützung auch zu bieten. Ich glaube, es ist dann der letzte Punkt, es braucht Unterstützung für die Fachkräfte, diesen Weg zu gehen, neben der Akzeptanz und dem Respekt für ihre Arbeit und die Anerkennung. Was brauchen denn PädagogInnen aus Ihrer Perspektive, um diesen Herausforderungen gut begegnen zu können? Also Sie haben gesagt Unterstützung. In welcher Form? Ich glaube, das geht um Fragen der Zeit, der Reflexion. Ich denke, ich hatte es vorhin erwähnt, wenn wir über Werte unserer eigene Geschichte nachdenken über mein pädagogisches Handeln, wenn ich das reflektiere, dann kann ich einfach immer wieder abgleichen. Wo geht es hin? Ich brauche Methodenkompetenz, ich brauche einen Blick auf meine eigenen Vorurteile und auf meine eigenen blinden Flecken, meine eigenen Balken im Auge, um klar zu haben, Mensch, wo brauche ich vielleicht auch Unterstützung? Ich brauche eine Vertrautheit im Team, damit ich Unterstützung erbitten kann und Reflexion mir einholen kann. Denn Selbstreflexion ist das eine, aber dieses gemeinsame Reden über Dinge, die ich schaffe, es braucht ein gemeinsames Verständnis von politischer Bildung. Also was heißt das bei uns? Also lassen wir es zu, wenn Kinder den Klimawandel in die Kita tragen oder das Corona-Thema? Wie greife ich es auf? Wie greife ich auch den Streit in der Gesellschaft auf? Wie nehme ich denn die großen Themen und Fragen dieser Welt auf? Dazu braucht es Bilder und Ideen. Und dann sind wir auch bei ganz praktischen Dingen. Es geht um Methodiken und Ideen für die Zusammenarbeit auf Kind-Ebene, aber eben auch auf Eltern-Ebene. Denn das wird immer für Verunsicherung sorgen, wenn wir sagen, wir machen jetzt, wir greifen ein Thema auf wie Fridays for Future, es wird Eltern geben. Die finden das nicht angemessen. Und wie gehe ich da vor? Und da ist eh eine große Herausforderung, das Thema Zusammenarbeiten mit Eltern ist eins des Kitas schon in Bezug auf das Kind vor Herausforderungen stellt. Und wenn jetzt, wenn wir davon überzeugt sind, dass es notwendig ist, dass Kitas sich noch mehr der politischen Welt da draußen öffnen, im Sinne der Gesellschaft, dann wird es Eltern geben, die das nicht teilen. Und das ist auch normal, weil sie eine andere Prägung haben, wie frühe Bildung abzulaufen hat. Und da brauchen Fachkräfteunterstützung, damit sie in diesem Verhältnis auch gestärkt hervorgehen und zu diesen Themen stehen können. Denn auch da erleben wir jetzt schon Übergriffigkeiten von Eltern und damit meine ich tatsächlich Übergriffigkeiten, wenn Broschüren und Arbeitsmaterialien, die das Thema Geschlecht, Gender, Diversity aufgreifen, wenn die plötzlich von einzelnen Eltern abgelehnt werden und die versuchen darauf hinzuwirken, dass das in den Kitas nicht mehr angewandt wird. Dann kommen wir da an Grenzen, wo wieder der Träger gefragt ist, seine Fachkräfte zu unterstützen, aber die Fachkräfte selbst eben auch. Sie haben sicher über vieles davon schon gesprochen, aber ich möchte Sie zum Abschluss fragen, was wünschen Sie sich für Ihren Arbeitsbereich? Also für den Bereich frühe Bildung, frühkindliche Bildung, Bildung in Kindertagesstätten? Ach, wünschen kann man sich immer was. Ich hoffe, ich trage vielleicht sogar ein bisschen was dazu bei. Okay. Ich glaube, das Anerkennungsthema ist eins, also nochmal immer wieder, das ist vielleicht auch schon fast etwas gebetsmühlenartig, deutlich zu machen, wie bedeutsam dieser Teil ist, diese Bildungsinstitutionen, dieser Beitrag für die kindliche, für die menschliche Entwicklung. Das geht mir nach wie vor immer verloren. Das hat jetzt auch nochmal der ganze Diskurs und die Realität rund um Corona, finde ich, auch wieder gezeigt, dass so am Anfang ein bisschen das Gefühl entstand, ups, die Kinder schicken wir mal zuerst nach Hause und im ersten Lockdown haben wir sie dann vergessen, fast so ein bisschen ist das Gefühl entstanden. Also tatsächlich, ich glaube, die Ernstnahme dieses Bereichs und nochmal die Wichtigkeit. Und dabei eben das Gesamte zu betrachten und nicht nur zu sagen, es ist für die mathematische, für die somatische Bildung, für die sprachliche Bildung wichtig, sondern es ist für den ganzen Menschen, für alle Aspekte, die menschliche, kindliche Entwicklung ausmacht, wichtig, dass die dort berücksichtigt werden. Und da kann es nicht sein, dass Beteiligung, Demokratie da keine Rolle spielen, sondern es braucht eben Übersetzungsformen, dass Politik einen Platz hat dort und dass es dann eben im Alltag ankommt. Und das ist der andere Wunsch. Also betrachten wir diese Bereiche, die im Moment noch so ein bisschen auf den Nebentischen liegen, bitte genauso wichtig wie alle anderen Entwicklungsbereiche. Und ich würde immer sagen, es hilft sogar in den anderen Entwicklungsbereichen, denn wenn wir über das Thema reden, geht es um Diskurs, da geht es also um das Lernen von Sprache, das Ausdrücken können, seine Meinung wiedergeben können. Also es ist auch eben ein komplexes Bildungssetting, das wir in der Kita eh haben. Und da gehören diese Themen einfach dazu. Vielen, vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank.